Musik Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Montaigne Abend vom Schwanken und Wanken der Welt. Wie soll ich mit Ihnen? Montaigne sagt, wir stehen weder höher noch tiefer als die übrigen Geschöpfe. Alles was unter dem Himmel ist, sagt der Weise, folgt einerlei Gesetz und bloß. Es gibt unterschiedliche, es gibt Rangordnungen und Stufen, doch stets nur als Erscheinungsform der Natur. Bei unseren Lehrern, die heute mit ein und demselben Unterrichtsstoff und nach ein und demselben Maß eine Vielzahl junger Geister von so unterschiedlichen Maßen und Begabungen unter ihre Fuchtel nehmen, ist es kein Wunder, wenn sich in der ganzen Herde Kinder kaum zwei oder drei finden, die aus solcher Erziehung einen nennenswerten Gewinn. Die größte und folgend schwerste Schwierigkeiten des menschlichen Erkennens scheint gerade da zu liegen, wo es um die Erziehung und Unterweisung der Kinder geht. Die Jacke, die ich anhabe, aus der Renaissance hat der Hose ganz schön viel zu sagen, weil die Essays Montaigne sind so aktuell, dass es eigentlich unglaublich ist. Danke, Monsieur, dass Sie mich vor meinem Sockel gehoben haben. Es tut gut, wenn man sich wieder etwas bewegen kann nach so langer Zeit. Sie wollen über mich berichten. Ja, Herrmann, gestehen, mein Herr, ich hatte mit Puppenspiele ja noch nie etwas zu tun. Sie galten in meiner Zeit als etwas, ich will sie nicht beleidigen, aber doch vom niederen Stande, vom sehr niederen Stande. Aber ich habe keine Vorurteile und lerne immer gerne dazu. Also, meine Damen und Herren, viel Vergnügen. Philosophieren heißt sterben lernen. Am nächsten Tag löste sich ein Stein, der im Harnkanal stecken blieb. Von da an hielt ich bis zum Mittagessen den Urin zurück, damit sich der Drang verstärke. Und so konnte ich den Stein schließlich ausscheiden, unter Schmerzen und ziemlichen Blutverlust, vorher wie nachher. Der Stein war groß und lang wie ein Pinienzapfen, an einem Ende aber gleich einer Bohne verdinkt. Er hatte, um die Wahrheit zu sagen, haargenau die Form eines Pinienzapfen. Als ich am frohen Leichnantag 1581 mir im Bad mit der Dusche den Unterleib berieselte, schien diese meine Blähungen herauszutreiben. Auch ging eindeutig die Schwellung meines rechten Hodens zurück, an der ich ziemlich oft leide. Daher bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Schwellung von den 14 herführt, die sich im Hoden verfangen. Ja, hier bin ich wieder, meine Damen und Herren. Und wie Sie sehen, habe ich mich etwas tiefer in die Renaissance gestürzt. Ja, bin tiefer eingestiegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Grunde sind Frauen entzückende Wesen, die uns sehr schlecht behandeln und uns Narren an der Nase herumführen. Sie fordern dazu heraus, in ihrer wahren Natur verkannt zu werden. Eigentlich ganz bequem. Ja, meine Damen, ich weiß, wo Sie hinschauen. Sie schauen mir nämlich auf den Latz, wobei hier ja kein Latz in dem Sinne vorhanden ist. Dieses Ding hier, das nannte man Schamkapsel. Man trug das, um bei gewissen Situationen die Damen nicht erröten zu lassen. Man trug das, um bei gewissen Situationen die Damen nicht zu lassen.